So, Mana wollte ich steigern, hab ich gehört. Ich habe jetzt Mana, äh, 10. Ach, verdammt, ich brauch 25, das ist ganz schön viel. Egal, steigern wir jetzt trotzdem mal um 10. Was bist du denn? Hast du tatsächlich die Prüfung des Feuers gefordert? Oh ja, das hab ich. Ja, und ich habe vor, sie zu bestehen. Gut, vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ich kann dir eine sehr nützliche Spruchrolle geben. Einen Schlafzauber. Interessieren? Äh, ja, tatsächlich. Was kann ich damit machen? Was kann ich damit machen? Mit diesem Zauber kannst du Menschen für kurze Zeit in einen magischen Schlaf versetzen. Allerdings nur, wenn ihr Wille schwächer ist als deiner. Das kann sehr nützlich sein, wenn dir jemand im Weg steht. Und woher weiß ich, ob derjenige einen schwächeren Willen hat? Bei den Magiern brauchst du es gar nicht mehr zu versuchen. Aber die meisten Novizen wirst du schlafen legen können. Okay, ähm, ja, was willst du denn dafür? Was willst du dafür? Jede Magier steht bei der Aufnahme ein Wunsch zu. Und wenn du tatsächlich die Prüfung des Feuers bestehst, dann kannst du dich dafür einsetzen, dass ich im Kloster bleiben darf. Hm, eingefallen. Ähm, ne, das kommt ja ein bisschen suspekt vor. Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du es dir anders überlegen solltest. Okay. Ähm, Moment. Ich muss kurz mal was gucken, haben wir nicht nur Schlafzauber oder so? Mir fällt übrigens eine wunderbare Verwendung dafür ein. Leichte Wunden, bla bla bla. Äh, Fandlung in ein Schaf. Ähm, ne, haben wir nicht, aber wir können es einen kaufen. Äh, wir könnten damit ganz leicht den, den, den Hammer klauen, wenn der so auf. Ähm, aber dazu spät, der erste, dann werden wir bei Parlan unser Mana steigern, und zwar um 10. Ich will meine magische Kraft steigern. Äh, einmal 5 und nochmal 5. So, da kannst du mal gucken, ähm, wie viel ich noch brauche. Äh, zur nächsten Stufe, das sind noch, äh, fast 2000, also ein bisschen mehr als 2000 sogar. Das ist ganz schön viel. Ähm, na gut, gehen wir nochmal zurück zu Gorlax oder Gorax oder Gorax heißt du, glaube ich, ne? Gorax, genau. Ähm, und erwärmen wir immer einen, äh, Schlafzauber. Ich brauche ein paar Dinge. Eigentlich brauche ich nur eins. Hast du einen Schlafzauber parat? Feuer, Feuer, Licht, Blitz, Windfaust, bla. Schlaf, da ist es doch. Kostet zwar 100 Tacken, aber hey, den nehme ich gerne mit. Ähm, ich glaube hier rein, genau. Da muss da irgendwo der Hammer sein. Und den Hammer werde ich gar nicht brauchen, um, äh, den Steingolam zu besiegen. Weil momentan bin ich sowieso gegen alle Gegner relativ machtlos, aber gegen Steingolam sowieso. Äh, war das hier? Ne, ich glaube hier war das. Ne, warte mal. Hier waren die, äh, Vorratskammern. Achso, doch. Hier und dann links. Genau. So. Schön, man eben, das lustige ist, äh, die, die Lampen sehen aus wie so Laborwasser, äh, Laborfläschchen. Ist ja echt lustig. Gut, kurz mal speichern. Auf Zwischen natürlich. Falls wieder irgendwas schief geht. Wir wissen ja auch, Gaffik 2 ist voll von Bugs. Und noch viel schlimmer ist der Spieler hier, der Tefgal, der ist noch viel mehr voll von Bugs. Ähm, so, was haben wir denn hier? Leichte, mittlere Schlaf. Schlaf ist jetzt offenbar die 6, wenn ich das richtig lese. Das kriegen wir hin. Hey, du, du hast bestimmt einen viel schwächeren Willen als ich, Gaffik. Und, hopp. Da schläft er. Äh, Feuerzauber weg. Und den heiligen Hammer genommen. Wunderschön, was hast du eigentlich noch so dabei? Oh, na verdammt. Einfach weg. Perfekt. Kann ich den heiligen Hammer eigentlich heben? Das ist, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig. Der heilige Hammer. Schaden, äh, Fragezeichen, mögliche, starke Fragezeichen. Ich kann ihn anwenden. Äh, ich kann ihn benutzen vor allem. Das ist ja ziemlich geil. Und einen Gehstock kann ich auch verwenden. Das ist ja witzig. Ähm, aber nein, ich verwende trotzdem meinen Stab. Bis auf weiteres. Wo ist er denn? Äh, Gehstock. Feuerbogen. Hallo, wo ist mein Stab? Ach, da oben. Stimmt, ich habe so viele Waffen verkauft. Ja, das ist ja perfekt. Aber ganz einfach den, äh, den Hammer klauen können. Und das nur für 100 Gold. Und ich nehme an, der ist wesentlich mehr. Was ist er eigentlich wert? Äh, Wert nicht einschätzbar. Ja, das ist ja super. Aber er ist für mich immer noch mehr wert. Er hat einen großen, ideellen Wert. Immerhin bin ich ein Zauber-Novize. Ein, ein Feuer-Magier-Novize. Da habe ich schon richtig Respekt vor diesem Hammer. Okay. Dann mal wieder raus in die Wildnis. Und diesen sperrlichen Hinweisen gefolgt. Ich mache wieder mal die Tür zu. Das sieht er immer noch. Das ist nicht zu weit entfernt. Das steht direkt vor der Tür, Junge. Mach doch mal die Tür zu. Ach, dann lasse ich halt offen. Ist mir jetzt auch egal. So. Ich soll verschiedenes tun. Ich soll einmal den Zeichen von Innost folgen. Wahrscheinlich den Altaren, Altären, äh, Schreinen auf jeden Fall. Und dort hinten hinter dem Weg irgendwas finden. Und dazu brauche ich einen Schlüssel. Also ist da wahrscheinlich irgendwo eine Tür. Ähm, und ich soll zu einem, äh, Steinkreis gehen. Und da irgendein Feuer, äh, ein Steingolam besiegen. Weil ich jetzt richtig verstanden habe. Ich kann aber ganz kurz nochmal gucken. Das Krautpaket. Nein, das brauche ich nicht. Ähm, hallo. Oh, ah ja, doch. Ähm, und gucken, ob wir vielleicht irgendwelche Hinweise noch gegeben wären. Die Ruhe des Feuers. Ulta hat mich, äh, hat mir seine Prüfung auferlegt. Ich soll eine Feuerfeil-Rune erschaffen. Dazu brauche ich erstmal so einen leeren Runenstein. Naja. Der lebende Fels. Serpens hat mich mit seiner Prüfung auferlegt. Ich soll den lebenden Fels finden. Der einst gerufen und soll ihn bezwingen. Ja, ist ja super. Der Pfad der Gläubigen. Äh, bla bla bla. Ja, ich soll den Zeichen Innos folgen und ihm das bringen, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Dazu hat er mir einen Schlüssel gegeben. Ja, okay. Das sind ja alles total konkrete Hinweise, wie es den Zauberern so eigen ist. Ähm, egal. Ich folge erstmal dem Pfad. Das kann so falsch nicht sein. Äh, du, du einsamer Beta, hast du vielleicht, äh, irgendeinen Hinweis für mich? Ja, Iskarot. Äh, segne mich, ja, segne mich auf meine langen Reisen, das wäre nicht schlecht. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Ja, äh, danke. Dann zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Was hast du eigentlich so? Essenz der Heilung, Ring der Erleuchtung. Oh, der gibt mir einen Mana-Bodus von 10. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Kostet aber 1300 Tacken, die ich leider nicht habe. Und auch einen Lebensenergie-Bodus von 30. Der ist natürlich ziemlich geil. Äh, Feuerfeil. Ne, nicht Licht. Äh, einmal Pech. Blitz. Oh, hier gibt es also Blitz. Blitz hat also 30 Magieschaden und Feuerfeil macht 25 Magieschaden. Ne, das ist Mana. Der doch auch macht 25 Magieschaden. Das ist, äh, okay. Der macht Blitz sogar mal mehr Schaden. Das ist ja nicht schlecht. Goblins geht erschaffen. Auch was frühes wahrscheinlich. Schlaf, leichte Wunden heilen. Bergkristall, der verschwindet, wenn ich mit dem Kurser draufgehe. Und Schwefel. Ich habe ja schon zum zweiten Mal Schwefel gesehen. Kann das sein, dass... Innos allzeit über dich wachen. Ja, und auch über dich, mein, äh, Freund, mein lieber, äh, Iskarod. Kann das sein, dass Schwefel irgendwie verwendet wird, um irgendwas zu erschaffen? Vielleicht irgendwelche Runen oder sowas? Weil irgendwie scheint jeder Schwefel anzubieten. Naja, gut. Das, äh, dazu vielleicht später. Und hier unten ist auf jeden Fall schon mal irgendwie ein Zeichen, äh, Innos. Eventuell führt uns das ja irgendwo hin. Ich glaube zwar nicht so wirklich dran, aber hey. So, wo ist er denn, der Schrein? Hier ist er. Finde ich dahinter irgendwas? Nein, finde ich nicht. Innos-Statue. Was kann man denn hier machen eigentlich? Beten. Ja, beten ist gut. Immerhin bin ich ein Diener, äh, von Dingens. Wie heißt der für ein, äh... Verdammt. Innos natürlich. Spenden. Na, ich gebe dir mal 50. Oh, Lebensenergie plus 2. Das ist natürlich nett. Dankeschön. Ja. Warum nicht? Guck mal hier lang. Vielleicht müssen wir ja hier irgendwie lang. So ist es, ich habe jetzt wirklich total im Dunkeln. Das ist unglaublich. Wer bist du denn? Standst du schon immer da? Ich glaube nämlich nicht. Ignara. Äh, Igaras. Warte mal. Igaras ist noch einer meiner, äh, Nebenbuhler. Hallo, Igaras. Es ist geschehen. Innos hat mich erwählt. Und ich nehme teil an der Prüfung der Magie. Ähm, ja, ich bin mit von der Partie. Ich bin mit von der Partie. Ich habe die Prüfung des Vorjahres gefordert. Du hast was getan? Also entweder bist du ein Liebling von Innos. Oder völlig verrückt. Ich bin völlig verrückt. Hey, blub, 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 blub. Äh, hast du Argon oder Wolf gesehen? Äh, Ulf, nicht Wolf. Wir haben uns an der Herberge getrennt. Ich bin zu den Bauernhöfen gegangen. Und die beiden sind zusammen losgezogen. Aber wohin, weiß ich nicht. Na, das werden wir vielleicht noch rausfinden. Äh, und? Äh, schon was rausgefunden? Und? Schon was herausgefunden? Da du es sowieso nicht schaffen wirst, kann ich es dir auch sagen. Mensch, super. Spare dir deine Suche bei den Bauernhöfen. Dort gibt es nichts, was dich weiterbringt. Äh, ja, vielleicht können wir ja zusammenarbeiten. Vielleicht können wir ja zusammenarbeiten. Vergiss es. Diese Mission werde ich alleine schaffen. Du wärst mir nur ein Klotz am Bein. Ja, wenn du was sagst. Ähm, weißt du etwas von einem lebenden Fels? Weißt du etwas von einem lebenden Fels? Nein. Hat dir Serpentis diese Prüfung gegeben? Ja, warum? Ich könnte mir vorstellen, was er meint. Du wärst nicht der Erste, der an dieser Prüfung gescheitert ist. Wo genau finde ich diesen lebenden Fels? Folge einfach immer diesem Weg. Es ist ein ganzes Stück. Dann kommst du an einem Fluss vorbei. Geh einfach den Weg weiter den Berg hoch. Da oben muss es irgendwo sein. Wenn du über eine Brücke kommst, bist du zu weit. Haha, wenn du überhaupt zu weit kommst. Mehr werde ich dir nicht verraten. Schließlich ist es deine Prüfung. Ja, okay. Dankeschön. Ähm, ja, warum nicht? Es war doch ein total lieber Typ gerade, ähm, der überhaupt nicht höhnisch mit uns geredet hat. Es fängt gerade an zu regnen. Natürlich, wie es so sein muss, wenn man auf eine Queste aufbricht. Da kann kein stolzer Sonnenschein sein wie bei Herr der Ringe, die Gefährten oder so. Nein, er muss schon alles, er muss schon richtig schön pissen. Das ist wunderbar. Und was haben wir denn hier? Wir haben hier Pflanzen. Blauflieder. Schön. Ja. Ich nehme an, da oben kann ich hin, aber ich soll erstmal dem Weg folgen. Das werde ich auch erstmal tun. Und ich werde auch versuchen, auf dem Weg zu bleiben. Denn ich weiß, äh, auf, äh, wenn man nicht auf dem Weg bleibt, ist es sehr gefährlich. Es ist auf dem Weg ja schon gefährlich genug für mich. So. Ich hoffe doch, mich wird jetzt kein übermächtiger Gegner hier angreifen. Scavenger könnte ich vielleicht gerade noch so besiegen. Auch Riesenratten. Oh, und Wölfe. Wölfe gingen vielleicht auch noch. Gut, dass ich gerade gespeiert habe. Ein Wolf wäre okay für mich. Glaube ich. Hallo, Wolf. Ja, hier bin ich. Komm, greif mich an. Na komm. Kleiner Kackpudel hier. Oh Mann. Mach ich viel Schaden. Ah, da war ein sehr seltsames Angriffsmuster. Ein bisschen dumm auch. Aber Herrgott, das ist ein Wolf. Ja, komm noch her. Mein Gott. Das ist ja schön. Prima. So kann ich mich langsam an Erfahrung, äh, hochladen. Das ist natürlich ganz prima. Äh. Auch dich noch gelootet. Und mal ein bisschen was gekaut. Oh, ich muss, ich wollte Fleisch braten. Verdammter Mist. Und nochmal. Und, äh, Apple Day keeps the doctor away. Wie immer. Ähm, ja. Aber ich habe nur 13 rohes Fleisch. Das wundert mich ein bisschen. Na, okay. Oh. Und da ist schon... Oh, oh, oh. Ein Goblin. Ein Goblin. Ich speichere. Wo ein Goblin ist, da sind meistens noch mehr Goblins. Und hier ist ein weiterer Schrein. Aber ich werde jetzt nicht überall beten, glaube ich. Sondern ich werde erstmal diesen Goblin töten. Insofern es ist... Es sind natürlich mehr Goblins. Das ist klar. Ja, komm halt her. Vielleicht kriegen wir euch ja rechtzeitig getötet. Klatsch. Einer ist tot. Ein weiterer ist angeschlagen. Komm her. Sturb. Hau bloß ab, ey. Oh, der ist so klein und flink. Ja, jetzt haben wir dich. Genau da, wo wir dich haben wollten. Ein schwerer Ast. Und ein Goblin mit einem weiteren schweren Ast. Das ist ja super. Was hast du so? Einen schweren Ast, Mensch. Hätte ich nicht gedacht. Und noch einen schweren Ast. Äh, einen schweren Ast. Sind das nicht. Ja. Wieso hat jeder Goblin eigentlich zwei schwere Äste dabei? Falls einer kaputt bricht oder was? Aber, Herrgott. So, wir sollen ja weiter lang gehen. Und das soll ein ganzes Stück ja sein. Aber ganz nebenbei, wir können ja auf die Karte gucken. Die wieder mal relativ lange dauert. Bis dorthin, wahrscheinlich diesen Kringel lang, einen Berg hoch. Wenn wir über eine Brücke gehen, ist das zu weit. Ja, okay. Das ist doch, ist doch ein Deal. Und da hinten ist ein weiterer Schrein. Aber ich befürchte fast, dass wir wahrscheinlich irgendwie da hoch mussten. Ähm, weil Felsengolems werden doch wahrscheinlich eher auf, äh, äh, auf, äh, in den felsigen Gegenden zu finden sein. Aber gut. Hast du noch ein bisschen Fleisch gegessen? Wegen den Wölfen. Und weiter geht's. Kurz mal auf die Zeit gucken. 14 Minuten. Ja, das ist okay. Ist das zwei Wölfe oder ist das einer? Ich seh nur einen gerade. Ah, natürlich sind's zwei. Komm, der eine kann sich gerne umdrehen. Na, dreht er sich um? Ja, er dreht sich um. Und der zweite. Na, was ist denn nun? Ich stehe so dicht aneinander wieder. Das ist gemein. Ja, dich haben wir schon mal. Komm. Der zweite muss auf jeden Fall weg. Oder wegbleiben. Ach, verdammt. Natürlich kommen sie beide angerannt. Verdammter Mist. So hab ich das nicht geplant. Komm, der ist erstmal tot. Und du machst auch nicht mehr lange. Huh. Ja, danke für dein Fell. Und für dein Fleisch. Und ich erstmal kurz mal so ein Tränkchen schlurfen. Essenz der Heilung. Kommt mir gerade recht. Hab ich ja schon vorhin so richtig schön gemischt. Und nochmal so ein gebratenes Fleisch. Super. Ich seh schon, dieser Weg wird ganz schön beschwerlich. Aber wir kriegen das hin. Oh, ein Blauflieder. Oh, eine Steintafel. Uiuiuiui. Steintafel. Und nochmal Blauflieder. Das ist ja hervorragend. Und wieder einmal gleich zwischenspeichern, weil Angst und so. Oh, es wird jetzt langsam dunkel, wenn ich es richtig sehe. Das ist ein bisschen doof. Hm. Na gut. Was ist das denn? Auf dem Weg. Ah, ein Stein. Steine können gefährlich sein. Wahahahaha. Oh mein Gott. Hab ich mich... Hast du mich erschrocken? Du verdammtes Dreckvieh. Hast du noch zwei? Nein. Verdammter Mist. Oh Gott. Lasst mich in Ruhe. Ich komm hier nicht raus. Von Scavenger getötet. Ja, ja. Erlaubt euch nur auf meiner Leiche. Gott sei Dank hab ich gespeichert. Meine Güte. Ich werd kurz mal laden. Da kommen diese verdammten Viecher einfach aus dem Hinterhalt und bringen mich um. Wie unfreundlich von ihnen. Dann geh ich mal diesen kleinen Pfad hier hoch. Mal gucken, was das so bringt. Wahrscheinlich nichts, aber gleich mal den lustigen Zauberstab gezogen. Na, wo sind sie denn? Da sind sie. Ihr verdammten Pemmer. Wartet mal. Was ist denn, wenn ich hier hochgehe? Könnte hier vielleicht ein Ghulam sein? Heilpflanze. Heilpflanze. Denn ich guck jetzt mal hier im... Hallo, Karte. Ja, wenn ich über eine Brücke komme, sei ich denn zu spät. Äh, sei ich zu spät. Genau, und das wäre es. Ich geh jetzt mal hier hoch. Ich sollte ja auch einen Berg hochgehen. Oh, und Heilpflanzen zeigen mir den Weg. Und obwohl ich weiß, dass es auf Bergen in der Regel sehr gefährlich ist, ähm, was soll schon passieren? Ist ja nur ein Golem. So. Fällt mir grad was auf. Ich kann langsam mal diesen heiligen Hammer anziehen. Vielleicht macht er ja ein bisschen mehr Schaden. Hat eigentlich für eine Reichweite. Ah, ja, auch so in Zweihand, glaub ich. So. Nochmal speichern, denn wenn hier wirklich ein Golem ist, werden wir sonst ziemlich schnell sterben. So, hier ist schon, äh, ein Trank und ein Golem. Okay. Das war, glaube ich, der schnellste Kampf gegen einen Golem, den ich jemals bestritten habe. Nett. Magischer Golem ist nichts zu holen. Nicht mal ein Golem-Herz. Das ist ja ein bisschen doof. Äh, einmal Gletscherquarz. Jetzt kann man ein bisschen looten hier. Trank und noch ein Trank. Und was ist das? Ein Lederbeutel. Ja, ein Langschwert. Oh, wie schön. Ein Trank. Eine Spruchrolle. Noch was? Drachenwurzel. Ja, und nehme ich alles gerne mit. Nochmal ein Trank. Was ist das? Heilkraut. Aber zwar schon ein paar aufgesammelt, aber ich nehme noch gerne mehr. Trank und Trank. Mensch, schön, brauche ich weniger, muss ich weniger brauen. Äh, ja, was war eigentlich jetzt das Wichtige? Feuerkraut. Heilkraut. Ähm, ja. Das Lustige ist, ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich hier sollte. Gletscherquarz nochmal. Nochmal Gletscherquarz. Wie viel Gletscherquarz ist denn das? Ähm, noch ein Trank. Also was hat der gerade bewacht? Das würde mich nicht mal interessieren. Nochmal N. Der lebende Fels. Soll ich hier irgendwas holen? Kann das sein? Sehr appendisch habe ich. Ne, naja. Aber vielleicht ist das eine besondere Spruchrolle, die ich bekommen habe. Äh, wo ist das hier? Äh, Tab, genau. Tab ist Inventaröffnung übrigens. Ähm, so. Was haben wir denn bekommen? Eisblock. Den haben wir, glaube ich, noch nicht vorher gehabt. Wolfrufen, mittlere Wunden, leichte Wunden, Licht, Verwandlung, ja. Ne. Verwandlung Riesenrad. Okay. Aber es ist mitten in der Nacht. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock zurückzugehen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder irgendwelche garstigen Scavenger, äh, verhauen. Äh, das Problem ist vielleicht auch, ähm, oder das Interessante, was ich mal gerne herausfinden würde, ist, wie viel Schaden dieser Hammer eigentlich macht. Also insgesamt so. Ich meine, es ist ja, ich weiß, dass es ein Fragezeichen ist und, äh, wird mir ja nicht gesagt. Komm ich eigentlich da hoch? Ja, erstmal Speicher, natürlich. Das heißt, könnte ich zum Beispiel auch einen Scavenger mit einem Schlag totkloppen, oder könnte ich das nicht? Kommst du vielleicht da hoch so? Äh, nee, kommst du nicht. Schade. Aber ich gucke bloß mal, ein einziges Mal abschließen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Irgendwas, was total wichtig ist hier. Uh, einzeln sammeln oder so. Magischer Ghulem, da kann ich nichts holen. Okay. Hier ist scheinbar nichts. Ja, dann würde ich da einfach mal versuchen, den Weg zurückzugehen. So, hier bin ich. Hammer gezogen, falls mir jetzt irgendwelche Scavenger wieder auflauern. Und ganz nebenbei mal rausfinden, ob ich eigentlich in die richtige Richtung laufe. Äh, nee, nicht so richtig. Ich muss also jetzt da vorne und dann links abbiegen. Ja, okay, das ist richtig. Goblins? Ich höre Goblins! Ach, nee, ich höre Morads offenbar. Mein Gott, mache ich wenig Schaden, diesen Hammer. Aber Gott sei Dank ist dieser Morad auch nicht gerade wahnsinnig stark. Und gebe mir mal heute 50 Erfahrungen. Nehme ich gerade mit. Zack, die Heilpflanze noch eingesammelt. Da hinten ist noch eine Heilpflanze, aber ich wechsle erst mal wieder auf meinen Kampfstab, also beziehungsweise Zauberstab. Nicht auf den schweren Ast. Wo ist er denn? Kampfstab, da ist er doch. Hey! So, die Heilpflanze noch mitgenommen und auch diese Heilpflanze noch mitgenommen. Und, äh, irgendwie rausfinden, wo ich eigentlich gerade bin. Ein so typisches Gothic-Feeling hier. Ich irre umher. Ja, das ist der richtige Weg. Ich irre nachts umher in einer Wildnis, wo ich eigentlich noch nicht sein sollte, wo ich auch gar nicht sein will eigentlich. Aber, hey. Oh, da sind, ah, ich bin hier richtig. Da sind die verdammten Scavenger. Und hier oben müsste irgendwo das Kloster sein, glaube ich. Weil hier unten ist so ein bisschen tümpelmäßig. Und tümpelmäßig war ja auch um das Kloster herum. Ähm, gut. Nochmal speichern. Ich weiß, es nervt euch vielleicht ein bisschen. Aber, ihr wisst, ich muss auf Nummer sicher gehen. Gerade dabei. Bei den Scavenger, die sind richtig heftig. Zumindest in diesem Teil. Ja, einer reicht mir. Komm her, Junge. Heute fäll ich dich. Dich und deinen Kollegen. Ja, was war das denn, hä? Bisschen sturmisch, mein Freund, hä? Ja, Sache ist süß. Ha. So. Jetzt, wo ich ein bisschen stark ein bisschen umgehen kann, wirst uns, oh, ich verbeckere eigentlich ganz schön wenig Leben. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Dann ziehe ich mich kurz, kurz mal zurück. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Weil der Scavenger da schon angerannt kommt. Ein Kampf auf Leben und Tod. Wie uncool. Oh, verdammt. Nein, er hat mich. Er hat mich. Ach, verdammt. Gut, ähm, ich werde wieder einen kleinen Schnitt machen. Zur nächsten Folge sehen wir uns wieder. Gegen einen neuen, äh, gegen einen, äh, bei meinem weiteren Kampf gegen die Scavenger. Bis, äh, dann.